Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller beginnt die Predigtreihe über der steinige Weg mit dem Thema Die Welt braucht sie. Sie brauchen keine Masken zu tragen. Sie werden geliebt, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Sie sind wertvoll und Gott sieht viel Potenzial in ihnen. Sie sind das Licht der Welt. Sie sind das Salz der Erde. Sie sind es bereits. Glauben Sie daran und gehen Sie mit dieser Gewissheit in Ihren Alltag. Entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen.